Hallo und herzlich willkommen. Ja, Can hatte eine tolle Idee. Ich soll mal eine Gesichtsmaske auftragen. Die Can hatte ich schon auf. Sieht sehr schön aus. Du weißt gar nicht, wo ich hingucken muss. Da, ne? Da, musst du hingucken. Was hat die für eine Funktion? Diese Gesichtsmaske hat eine intensive Feuchtigkeit, weil meine Haut ist sehr trocken. Und deine Haut, dadurch, dass sie ja so fahl ist, so fahl und müde, hätte ich gesagt, hast du mehr Farbe im Gesicht als ich. Ja, ich habe ja mit meinem Putzfuchstuch mein Gesicht gewaschen. Oh, das war das Putzfuchstuch. Ja, das habe ich genommen. So, bitte trag mir die mal auf. Sei mal so lieb, dass ich die mal... Das ist die Maske. Boah, haben wir die her? Aus dem DM-Markt. Oh ja, da müssen wir noch hin. Zum DM. So, man faltet sie auseinander. Okay, Moment. Ich finde, die hat auch genau deine Gesichtsform. Wie meine Gesichtsform? Als ob die für dich geschaffen wäre. Sag mal. Pass auf. Das ist von Tom in der Oper. Weißt du, was ich meine? Das ist auch dein Gesicht. So komplett rund. Quasi, ja. Leg mal an. Moment, die Nase muss ja gerade runter machen. Die Nase. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Stolz dich. Alles wird gut. Oh, dein Gesicht ist zu groß. Ich nehme es zurück. Ich muss mir die Augen schneiden. Und was bringt das jetzt? So eine Gesichtsmaske? Nein, dann kriegst du so einen ganz tollen Glow-Effekt. Wie ein Glow-Effekt. Deine Augen größer reißen. Ich hätte mir das eigentlich auch machen können. Wow. Dein Bart wächst noch. Ja. Es hält noch ganz gut. An den Stoppeln. Da. Ist jetzt nicht perfekt, aber... Sollen wir so in die Innenstadt von Hamburg gehen? Ja. Also hält schon nicht mehr an der Bart. Vor allem wenn du redest. Ja, ich muss die in die Falte noch reindrücken. Ja, okay. Okay? Schick. Und wie lange ist das jetzt? 20 Minuten. Oder 15. 15. Da steht drauf. 15. Du hast ein Haar unter deinem Atom. So. Lach mal. Hm. Ich glaube, ich lasse mich lüften. Hm. Hm.